Was geht ab, Freunde? Heute wird der Würfel bestimmen, wer welches Essen bekommt. Die haben zwar schon Essen bestellt, aber wir wissen nicht, was wir kriegen. Wir sind hier heute mit Mandy, Jenny, Jonah, Marco, Joker und Tilly. Das ist Menü Nummer 1, Menü Nummer 2, hier haben wir die Nummer 3, Nummer 4, das ist die Nummer 5 und Menü Nummer 6. Joker wollte gern zuerst würfeln. Er sagt, er hat einen Trick, aber es ist unmöglich. Welches willst du? Ich überlege gerade, ich muss erst mal entscheiden, ob ich die 5 möchte oder ob ich die 4 möchte. Einmal versuchen oder best of 3? Nur einmal. Alter, deins! Du darfst deins direkt behalten. Ich will aus. Okay, du kannst direkt. Willst du auch deins? Ja, bitte. Zwei! Ausgerechnet das, ausgerechnet das, was ich nicht essen wollte. Alles war okay, aber just. Das kommt schon mal hier rüber. Ich würde alles nehmen, außer das hier wegen dem Lachs. Ich mag ja keinen Lachs. Also bloß keine 6. Aber Oscars mag ich auch nicht wegen dem Cappuccino. Also 3, willst du oder 4? Eins, eins, eins. Drei! Nein! Nein! Ach du, beide. Okay, Mandy hat die 3 bekommen. 3. Guck mal, das ist meins. Wieso durfte Mandy zuerst wirken? Ist schon weg. 5. Ist auch schon weg. 2. Ist auch schon weg. 6. Ja. Kann liegen bleiben. Was noch frei ist, ist die 1 und die 4. Äss ich beides. Ich will nur kein Cappuccino. Und das, was übrig bleibt, ist dann wohl für mich. Okay. Komm, mach die 4. Oh, er darf seins behalten. Dementsprechend darf ich meins auch behalten. Also perfekt. Der Einzige, der Kaffee mag, hat Kaffee bekommen. Richtig Glück gehabt. Und hier so ein Croque Madame mit Ei. Die Männer haben alle ihr Essen behalten. Ja! Das ist super fair, gell? Ich schaue das an und ich denke mir nur so, nein. Das sieht doch gut aus. Ich habe mal Bock auf Patate, weil ich Hunger habe. Sieht doch lecker aus. Komm, mein Essen ist ein Smoothie halt, ne? Du bist zufrieden? Mhm. Boah, das ist richtig knusprig, das Brot. Ist gut. Schmeckt? Zufrieden? Perfekt. Ich bin so froh, dass ich meinen Kaffee bekommen habe. Keiner hat mir den weggenommen. Und hier sieht das Croque so aus. Oh, Alter. Das ist sowas von mein Ding. Ich habe das Beste. Das ist selter oder so noch drin. Oh, let's go. Ich bin so froh, dass ich das behalten habe. Jetzt auf einmal. Machst du's, ey. Mittagessen. Wir sind angekommen im indischen Restaurant. Der Tisch ist auch schon voll. Aber es weiß immer noch keiner, was er bekommt. Denn der hier entscheidet. Hier haben wir die Nummer eins. Nummer zwei ist Chicken Tikka Masala mit Garliknahn. Nummer drei Nudeln. Nummer vier ist Cheese Nunn. Nummer fünf Butter Chicken mit Reis. Nummer sechs. Ein Kids Menü. Marco hat sich bereit erklärt, als erstes zu würfeln. Was kein Vorteil ist, weil es ist immer noch Zufall. Du hast Nudeln. Würdest du die auch gerne essen oder was anderes? Eigentlich würde ich die Nudeln. Die Nudeln. Okay, dann brauchst du die drei. Vier. Oh, was ist die Nummer vier? Ein weiterer. Mann. Was? Jellys Essen wird wieder weggeschnappt. Joga hat sich den Würfel geschnappt. Oh, ich würd Chilis haben. Die sechs. Wie kommst du nicht? Wie kommst du nicht? Wie kommst du nicht? Oh. Es ist meins, Mann. Es ist auch okay. Es ist auch okay. Wolltest du das gern? Nummer fünf. Mandy muss ihr Essen abgeben. Okay, was willst du essen? Ich würd gern meins behalten, aber das geht auch. Kids Menü. Das ist die Eins. Okay, eins oder sechs. Mal schauen. Ja. Deins ist wieder weg. Zwei ist noch da. Die drei oder die sechs. Was würfelt Jenny? Bestimmt, die drei. Bei dir brennt's entweder oder fällt runter. Mach mal ordentlich jetzt. Die fünf ist weg. Eins ist auch weg. Ey, wieso krieg ich immer die Sachen, die weg sind? Weil Chilli sich den Würfel gemopst hat vorher. Was ist das? Brennt. Wie würfelst du eigentlich? Komm schon. Die vier. Die vier. Die ist auch weg. Nur noch drei, vier und sechs. Die drei. Ich will gern meins behalten. Also vier. Nee, eben dürftest du deins schon behalten. Ja, jetzt wieder. Ich will heute ganz Tag meins behalten. Zwei. Ja, das ist doch deins. Ja, doch. Alter. Wie lag die vier? Nee, die ist gerade runtergefallen. Yes. Chinktika Masala. Kids Menü für die Kleinsten. Das ist voll toll ohne Mario. Aha. Ist okay. Okay. Mir fehlt so ein bisschen Soße. Aber ist lecker. Es gibt ein Gericht von mir immer schlecht über Asiaten und was ist das? Geil. Boah, die Würfel geweiht. Brot. Machst du auf jeden Fall satt. Ich hab ja meins. Schon zum zweiten Mal. Das ist nicht fair. Du hast den Würfel gezinkt. Ich meinst geil. Die Soße ist killer. Richtig schönes, zartes Hähnchen. Dieses Restaurant können wir auf jeden Fall empfehlen. Auf Mallorca. Madras. Shop. Sei froh, Schatz, dass du es nicht bekommen hast. Geil. So geil. Brot. Kein Fleisch. Kein Brot. Kein Eis. Ich bin zufrieden diesmal. Das ist echt lecker. Das ist einfach nur Fleisch im Teigmantel und dazu ein bisschen Salat. Aber ich hab nicht so viel Hunger. Deswegen perfekt. Diesmal mussten wir vor dem Essen etwas länger warten. Deswegen haben wir die Getränke nicht getauscht. Gleich fahren wir erstmal ans Wasser. Holen uns einen Snack. Und dann entscheidet wieder der Würfel, wer was bekommt. Wir haben uns jetzt erstmal zum Verdauungspäuschen eine schöne Bucht gesucht. Wo wir uns dann im Schatten schön hingelegt haben. Und schaut euch mal den Ausblick an. Abgesehen vom Balaman hat Mallorca auch so eine schöne Natur zu bieten. Und jetzt geht es erstmal ab ins Wasser. Und so Musik So, einkaufen, jeder darf sich einen Snack aussuchen. Und der Würfel bestimmt dann natürlich, wer was bekommt. Musik Zurück in unsere Villa, jetzt gibt es die Snacks. Ich hoffe, ich bekomme den selber. Musik Nächste Mahlzeit, Freunde, es gibt Snacks. Markus ist nicht da, er ist mit Jonah. Und deswegen kann Jenny für Marco würfeln. Du kannst ihn verarschen übrigens, du kannst dir haben das Gute aussehen. Wir haben hier die Nummern vor uns von 1 bis 6, da hat der Würfel. Wer möchte dann zuerst? Okay. Oh! Nein, das war doch nicht, das war doch nicht dran. Bitte, 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 bitte. Oh! Oh, bitte, 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 1. Nein, die wollte ich! Oh, das wollte ich! Oh! Alle wollen die Krön. Ist das jetzt der für mich oder für Marco? Für Marco. Oh! Für Marco. Nein! 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 Hat sie noch rechtzeitig Marco, Jenny gesagt? Schreibt sie in die Kommentare. Ja, für Marco. Oh! Oh! Ein Berliner! Oh! Ein Berliner! Das wollte ich auch! Ein Berliner! Coolala! Coolala! Ich hoffe, dein Salat! Ich brauche eine 6! Drei! 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 Habe ich nicht auf Ansage 6 gesagt? Habe ich nicht auf Ansage 6 gesagt sogar? Gib mir die 6! Ja, hat er gesagt. Ich habe euch auch gesagt, ich habe einen Trick. Oh! Das ist ein nicer Feller. Den habe ich ausgestellt. Ich will die 4! Keine 3! Ich will nur anmerken, ich habe die 6 angesagt, ja? Ah! Nein! Der Salat! Der ist echt, der ist schon dick! Der ist so aufgepompt, wie er es nicht mehr kriegt. Wohlgemerkt ohne Messer und Gabel. Und dann kriege ich das, was ich nicht wollte. Ich wollte alles außer das. Monchis oder Mochis. Die mag ich nicht. Genau das, was ich nicht möchte. Oh lecker Mango! Dreibe es uns unter die Nase. Haha, ich habe wohl doch eine Gabel wohl gemerkt. Haha. Oh, kommst du da? Kannst du mir mit einer Scheißgabel helfen, das Scheißding hier aufzumachen? Der hat sich so eine Verpackung ausgedacht. Ohne Lasse und Gabel. Dann mach das doch auf, ey! Ich rass sie gleich richtig auf. Hallo, du brichst sie ab! Dann mache ich keine mehr! Das geht nicht auf! Wir machen noch eine Runde, ne? Okay, ich kann euch meinen Trick danach jetzt sagen. Als ob du einen Trick hast. Ich muss mal meinen Baby-Bahn. Du kannst ja Marco seinen Berliner mitnehmen. Krass der Aus. Vielleicht klappt es aber nicht, weil es halt nicht mit Herzkrabel ist. Was ist das denn hier? Was hast du gekauft? Du hast das kaputt gemacht! Ich habe es nur aufgemacht. Das ist hier der größte Mist. Was ist das denn? Morty. Das ist mein Essen. Das ist Morty. Was hast du denn damit gemacht? Wie geht's Oskar? Ich wollte das ausprobieren. Was hast du damit gemacht? Wie eine Qualle schmeckt das. Zutfrieden? Ja, schon lecker. Was habe ich nicht gesagt? Eben Ärger noch und dann doch mögen, ne? Ich will ganz kurz anmerken, dass ich die sechs angesagt habe. Okay? Wie oft willst du das noch sagen? Ne, was wolltest du gesagt haben? Weil vielleicht schneidest du es nicht rein. Aber wenn ich es so oft sage, musst du irgendwas davon reinschneiden. Ab jetzt in jedem Satz. Ich habe sechs angesagt. Da kann ich entweder ganz das Video schneiden oder gar nicht. Wenn ihr Prost machen wollt, dann einmal Daumen hoch. So, genau jetzt. Gmeckt das Eis? Festlich. Deine Frau hat für dich einen Berliner gewürfelt. Wie findest du das? Den habe ich mir ausgesucht. Schmeckt aber genauso wie die deutsche. Hast du Glück? Ich nicht. Was hast du? Ich habe verkackt. Ich hatte Qualle gefüllt mit Gizz. Wir haben uns umgezogen. Jetzt geht es noch eine Runde trainieren in dem Amaz Outfit. Link für Amaz ist unten in der Videobeschreibung. Ihr bekommt 20% Rabatt auf alles. Außerdem gibt es heute bei Night Routine 40% Rabatt auf alles. Das hier ist unser Homegym. Und jetzt wird erstmal eine Runde trainiert. Das Training ist durch, Freunde. Und bevor ich es vergesse, Mandys Kochbuch ist ab dem 28.07. wieder erhältlich. Schaut dazu gerne in die Videobeschreibung. Und jetzt gibt es die nächste Mahlzeit. Und zum Abendessen gibt es Pizza. Abendessen, jetzt wird es ernst. Jeder hat Hunger. Und ich glaube, wenn jemand nicht sein Essen bekommt, dann wird er ganz schön sauer. Dankeschön. Wir machen es zu, wir lassen uns überraschen. Ich weiß nicht, wo was ist. Keine Ahnung. Alter, okay, das ist krass. Nein. Also gar nicht gucken? Nein. Boah, scheiße, Digga. Ich weiß gar nicht, was du beteiligen musst. Hier sind die Pizzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Keiner weiß, wo was ist. Die hat noch nicht angefangen. Okay. Du kriegst die Pizza Nummer... Drei. Deine. Meine. Okay, dann tauschen wir einmal kurz. Okay. Auch noch nicht reingucken. Ich will unsere Live-Reaction. Sechs. Einmal tauschen. Alter, das wird richtig spannend. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Like da, Freunde. Man weiß nicht mehr, wo man bitten soll, aber... Ich hab's schon. Drei. Gab's auch schon. Vier. Vier. Oh, ja. Oh, die hier, die vor mir liegt. Das ist die Nummer vier. So, damit ist die fünf noch im Game. Die zwei und die eins auch noch. Ja, eins, zwei oder fünf. Das ist hier die Frage. Zwei. Zwei. Sehr gut. Zähle ich, Claudia, wieder dein Essen? Aber ich weiß ja nicht, was drin ist, oder? Da hat er immer ruhig. Ich glaube, ich muss die fünf haben. Pass auf. Ach so. Die Leute wieder auf Ansage, ne? Ne fünf. Auf Ansage. Was wollt ihr von mir? Gib her. Gib her. Gib her. Ihr kennt mich nicht. Ihr kennt mich nicht. Dankeschön. Wie machst du das? Wie machst du das? Damit fällt die Eins auf dich. Oh, Mann. Du kannst ja mal gucken, was du gewürfelt hättest. Dass du gleich noch trauriger sein kannst. Ach so, ne. Für wohl. Zu spät. Also das wäre eigentlich deine. Das wäre heute. Ich sag erst mal, dass ich hoffe, was es ist. Thunfisch mit Ei. Ich weiß, klingt scheiße. Ist aber nice. Okay? Ach du meine Scheiße. Zeig mal. Zeig mal. Zeig mal. Zeig mal. Du wolltest die. Du wolltest die ja. Jetzt hast du sie. Zeig auf. Was ist das? Ich weiß. Champignons Schinken. Das ist meine. Du ekelhafter, Digga. Champignons Schinken. Bitte was am Tissen. Ja. Einfach deine. Thunfisch mit Ei, Leute. Scheiße. Das esse ich so gerne. Pizza Nummer zwei ist. Ja. Ist das wieder dein? Thomas Schnell. Wie macht ihr das? Scheiße, Digga. Jedes Mal meine bekommen. Urlaub sucht ihr auf jeden Fall gut. Ich hatte mit Spaghetti Carbonara. Und Spaghetti. Da kommen noch so raus. Oh, Carbonara. Das hast du nicht. Das ist Markus Pizza. Das ist meine. Hä? Hä? Ich hatte mit Carpaccio. Carpaccio. Okay. Das ist Carpaccio. Das ist deine. Carponara? Oh, die sieht nicht so gut aus. So habe ich ja Glück gehabt. Und dann haben wir so viele Zwiebeln drauf. Oh, dann hast du die Carpaccio. Carpaccio. Aber der Carpaccio sieht nicht so reiß aus. Nee. Das ist dieser vergangenste Carpaccio. Das ist aber ... Wir probieren alle die Pizza, die sie nicht wollten. Außer dem King. Außer ich. Außer ich. Aber ich hatte echt Glück. Weil die, die ich ausgesucht habe, war nicht so nice. Und die sieht schon lecker aus. Die hat ein Kilo Zwiebeln drauf. Scharfe Salami. Mmh. Die ist lecker. Ich bin sowas von zufrieden. Das ist mein Lieblingsbitter. Ja, wie schlecht. Käserrand. Ihr wisst Bescheid. Aber da hast du Väter oder so drin. Wo sind diese drei Millionen Stücken Zwiebeln her? Ja, was soll das denn? Mandy, was bestellst du denn da? Ja, hier ist ja kein Schwein. Deswegen isst dann nur den Teig. Wollte ich auch mal sagen. Der Teig ist aber gut anscheinend. Ey, das muss ich euch nochmal zeigen. Also das ist so kein Käse-Käse, sondern Frischkäse. Was hier in dem Rand drin ist. Stimmt, ich habe auch Frischkäse-Rand drin. Richtig lecker. Also ohne Zwiebeln geht klar. Was geht bei dir so? Ja, ich bin dran. Du? Oh, Marco. Auch wenn hier nicht alle am Tisch zufrieden sind, der Würfel hat entschieden. Der Würfel ist ein Puan. Wir haben auch für alle anderen Videos gedreht. Joker und Tilly. Jenny und Marco. Und für Mandy. Jetzt geht es auf Mandys Kanal weiter mit dem Würfel und mit dem UNO-Karten. Also schaut rein. Wir sehen uns nächstes Mal. Schaut rein. Tschüss. Tschüss. Schaut rein. Tschüss. Ich gucke da rein. Joron, ich weiß nicht, wo ich bin. Joron, ich weiß nicht, wo wir SMS die